Wir sind wieder bei Essence Creed mit unserer Fashion-Kassandra. Wir gehen jetzt auf Schatzsuche. Wir sind hier bei Sidon. Ist das gestanden? So. Au. So. Abschlägen. So. Wo war das? Einfach so nice wie das singen. Richtig cool gemacht. Wir müssen hier rein, ne? Hoppala. Schatz. Uh, Schatz. Blinktum von 3. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Ah. Okay. Wo haben wir unseren Schatz? schatzilein du musst nicht traurig sein auf auftauchen auftauchen die sind ziemlich weit unten für bisher so unser vogel etwas machen schatz ok ok doch Und Schatz, okay. Wir markieren uns in diesen Schatz. Und Gibbing. So, kleine Arielle, die Mierjungfrau. Suchen. Wann ist der nächste Schatz? Wir müssen noch mal auftauchen. Komm schon. Das ist eine knappe Geschichte. Aber Gott sei Dank haben wir schon ein bisschen mehr Leben. Sonst hat der Hai uns gleich weggesnackt. So, wir schwimmen gleich so über, drüber. So. Zirka hier und Gibbing runter. Oh yeah. Eins von drei Schätze haben wir schon. Suchen. Okay. Das ist hier nichts, oder? Poseidons Zorn sind wir. Ja, okay. Ah, nächster Schatz ist der Trümpf. So. Schwimm, kleine Kassandra. Schwimm, schwimm. Wie ein Telefin, ne? Wie ein Kassandra. So. La, 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 la. Ich finde das ziemlich cool, ne? Dass man tauchen kann und ein Boot fahren. So kann man echt alles machen, fast nur. Verzierter Stab. Okay. Au, 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 au. Abgeschlossen. Gibt's da irgendwas? Nein. Leider. Gibt's nichts. So. Und jetzt müssen wir unser Boot finden, ne? Was ist da drüben? So. Die Richtung. 100 Meter. Boah. Und da drüben sind uns Kameraden. Die lustigen Gesellen. Da, 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 da. So. Und da ist das, ne? Suchen wir unseren Vater, glaube ich, jetzt, ne? In der Hauptquest. Wenn uns nichts ins Zwischen kommt. So. Aber rück. Was ist denn das? Da ging dann gehen. Aufs... Ah? Auf Blut? Komm. Ah. Okay. Kopfgeld. Handelsschiffe. Okay. Stufe 8 haben wir. Okay. Annehmen. Annehmen. Okay. 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 Wir müssen jetzt da... Oi, 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 oi. Okay. So. Hatte schon. Oh. Ich... Ich bin schon wieder so, weißt du, abgelenkt. Schnellenspeichern brauchen wir nicht. Ah, okay. Hier sind Fotos. Alleine Fotos, Fotos von Freunden. So. Quests müssen wir gucken. Ah, so. Kopfgeld. Jetzt auf Zeit. Wo ist das? Handelsschiffe. Fünf Stück zerstören. Na, okay. Probieren wir es einmal, ne? Ich hoffe. Da hinten ist unsere Lagerkiste. So. Ich hab ein A-Hack. Ist... Am Start. Okay. Du, vorne ist irgendwas. Du, vorne ist irgendwas. Ah, das ist der... der Hafen, ne? So. Das ist der... der Hafen, ne? So. Das ist der Hafen, ne? Wir sollten uns diesem Schiff nicht weiter nähern! Parterei. Okay. Da kommen wir nicht drüber. Anscheinend. Okay. So. Schupp. Uuuuh. Geil! Ah, richtig kaputt war, oder wie die heißen, ne? Macht schneller! Richtig nice. So. Vereilt euch! Ich glaub, die Ziele sind das, ne? In die Welt! Macht schneller! Wir machen es schnell! Wir können es! Die Götter erfreut! Das tut unschuldiger nicht, Kapitän! Mögen bereit machen! Ah. Das sind die Handelsschiffe, oder? Haltet das Tempo! Ich glaube nicht, dass sie schneller rudern können! Wir sind auf Position! Verschwendet keine Pfeile! Ein andere von uns ist ein Schiff. Ich lieg's als Sinnlos! Ich lieg's als Sinnlos! Durchsuchen! Ich weiß nicht. Ach so. Ja, ja, ja. Das hat schon gezählt. Sehr gut. Handelsschiffe zu stören. Okay. So. Können wir da. Jetzt machen wir Raumgeschwindigkeit gleich. So, jetzt. Gott gewinn! Durchsuchen! Jawohl! Nice! So, nächstes Schiff. Vorne. So, ah. Siegel setzen! Schön, die Siegel setzen. Und... Hoppala! Es ist nicht so leicht. Und gewinn! Ei, 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 ei. Richtig nice. Vorwärm! Na! Siegel setzen! Oh, besseres Segel, ja. Wir sollten das Treibpunkt fällen! Immer, immer, immer doch, immer doch. Immer, immer doch, immer doch. Wir sollten sie passieren lassen, Kapitän! Es ist kein Krieg. Egal, wir brauchen die Quest. Au! Kopfgeld haben wir. Passiert. Wir brauchen das. Wir brauchen ein Tor. So, zwei Schiffe brauchen wir noch. Wir brauchen die Flüge. Wir brauchen die Flüge. Und die Flüge. Und die Flüge. Und die Flüge. So, dann können wir schön verrammen. Und die Flüge bringen. Und die Flüge. Das ist nichts los. Oh, feinte. Hau weh! Scheiß, die Wandern. Scheiße. So. Bereit zum Feuern! Wir sind bereit zum Feuern! So. Das hätten wir überstanden. Durchsuchen. So, Cash in the Dash. So. Wie schaut's aus? Alle fit? Durchsuchen. Okay. Hast du noch was? Okay. Wo ist denn der Sturm eigentlich? Ah, da hinten zieht der Sturm auf. Okay. Das treibt gut. Tun wir mit. So, wir brauchen noch ein Schiff, ne? Da drüben ist auch was. Nach Siruna bereit! So. Langsam mal mit dem Dreh raus, ne? Mit dem Schiffchen. Vor allem ist auch noch Treibgut. Du, ich bin so ein Looter. So. Bleibt gut, könnte nützend nicht sein. Kriegen wir die Kurve? Los, an eure Ruder! So. Hat Steuerbord oder Backbord? Keine Ahnung. Heise, Kraft! Fliegen! Wieder vorne sind unsere nächsten Opfer. Oh, der Kopf! Nicht so schnell! Oh, diese Worte, die noch füllen mit dir. Oh, ja! Oh, ja! Schupp! Oder nehmt die? Ja, ja, die nehm' er. So. Ach, die Scheiße! Was hilft uns für welche? Alter! Ei, 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 ei! Kommen, kommen, kommen! Richtig, ne? So. Die nehmen Tos auf uns! Die Tos auf uns! Die Tos auf uns! Weg! Scheiße, wir müssen weg! Volle Bulle! Verdammt! Ei, 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 hei, die Witzka! Reise geschenkt! Ach, die Scheiße! Wir haben fast unser Boot zerstört. Ach, weh! Okay. Okay. Den kriegen wir. Los ihn! Ich will, dass dies nicht unser letztes Gefecht gewesen sein wird. Schützen! Bereit halten! Du ein Handelsschiff, Kapitel! Ja, ja. Das brauchen wir. Nein! Wir müssen erneut schießen! Ja, mach! Wir sollten das Handelsschiff ignorieren, Kapitel! Nee, 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 das brauchen wir. So, jawohl, durchsuchen. Kopfgeld für die Handelsschiffe. 500 EXP. So, bremsen. So. Was ist denn jetzt los? Warte mal. Langsam! So, Quest haben wir abgeschlossen. Okay. Äh. Kopfgeldjäger, der ist da oben. Okay. Wir müssten da oben hin, ne? Da könnten wir uns hin teleportieren dann wieder. Okay. Was ist das? Unten deckt der Watt. Hm. Wo müssen wir eigentlich hin? Hier hin, ne? Warte mal. Hoppala. Schwergewichte. Oh, das wird hart. Das ist unsere Hauptquest. Heute sind die Götter mit uns, Kassandra. Oh, yeah. Rätkot. Oh, ja, meine Lieben. Das ist es. So. Telefine oder Hei sind auch mit uns. Wichtig. So. Nach mal schauen. Schlacht können wir hier vielleicht... wo anlegen. Gut, ne? Ja. Ja. Wir gehen hier hin. Die Bucht. Und dorthin. So. Reisegeschwindigkeit. Ja, das Schiff repariert sich auch selber. Das ist auch gut, um zu wissen. Das sind unsere Kollegen von vorhin. Sieben Holz haben wieder. Welchen haben die eigentlich schon? Oh, 176, das ist schon gut. Da ist das Dorf. Da fahren wir gleich hin. Also ein Kopfgeldjäger ist auch uns im Nacken. Anlegen. Kira. Servus. So. Mein Schmied. Okay, da ist der Anlegeplatz. Okay. Cool. So, was wollten wir hier? Was ist denn das da? Okay. Schauen wir mal. Juhu. Martha hat mir früher von Kira und den heiligen Kriegen erzählt. Ich frage mich, ob sie je hier war. Ich mich auch. Was ist denn das für einer? Wie? Und das ist es, Bewanderer. Mein Name ist Zagon. Verwalter mythischer und außergewöhnlicher Antiquitäten. Ich habe alles, was dein Herz begehren könnte und mehr. Für einen Preis versteht sich. Ich traf noch keinen Händler, der so stolz auf seine Waren ist. Sie müssen beeindruckend sein. Es sind die Besten in der griechischen Welt, das verspreche ich dir. Sonst soll Zeus Blitz mich treffen. Ich trenne mich gern von meinen Drachmen, wenn der Preis angemessen ist. An Drachmen bin ich nicht interessiert. Ich akzeptiere nur Urichalkos als Zahlungsmittel. Davon habe ich noch nie gehört. Nur wenige haben das. Es ist ein kostbares Metall aus einer Zeit vor der unseren. Es besitzt viele Eigenschaften, die Sargon anziehen findet. Hey, da sind wir wieder bei Flif, ne? Urichalkos haben wir, ne? Wir hatten eine Immunstons. Was genau hast du zu verkaufen? Viele Dinge, meine Freundin. Viele Dinge. Ich habe Waffen, Rüstungen, modische Kleidung und hübsches Beiwerk für dich, deine Freunde und sogar für dein Schiff. Welcher Händler nimmt keine Drachmen an? Jener, der an einer selteneren und wertvolleren Bezahlung interessiert ist. Sag mir, wo ich Urichalkos finde. In der ganzen griechischen Welt, wenn du weißt, wo du suchen musst. Oder sieh dir die Nachrichtentafel an. Dort findest du besondere Aufträge. Sargon ist nicht der Einzige, der mit Urichalkos handelt. Okay. Na gut, zeig her, was du anzubieten hast. Epische legendäre Gegenstände eintauschen. Oder gegen Olympische Geerbe. Okay. Ja, gezeigt hat das jetzt nicht, ne? Gib her nochmal. Was hat denn der da? Boah. 30. 3 haben wir schon. Der vierte kam. Der Bogen schaut gut aus. Was ist denn das da? Eine epische und bis legendäre Gegenstand. Ach so, das ist halt in Truhe. Ah, okay. Da ist das da? Sie hat 20, das geht. Ah, okay. Das sind wöchentliche Ausdingen. Okay. Ein Tag, 21 Stunden sind da noch drauf. Auch nicht schlecht, ne? Das hat dann auch wieder Wiederspielwert. Damit das nicht langweilig wird. So, ah, wir haben einen Kopfgeldjäger auf uns angesetzt. Irgendwo. Wissen wir? Was ist denn der? Ich seh den grad nicht. Der Kopfgeldjäger. Das ist er nicht, Hector. Das ist er, ne? Der Hector. Der Kopfgeldjäger. Aber wir gehen mal hier hin. Oh, Mann. So. Wir gehen schön synchronisieren. Wo müssen wir denn hin? Lass mal mal Igras verkreisen. Schatz. Noch ein Schatz. Noch ein Schatz. Ne, hier. Da ist auch ein Schatz. Da ist auch ein Schatz. Boah. Wirklich richtig cool, ne? So. Haben wir sonst noch was, Igras? Ich bin ein Lieberneum-Typ. Okay. Okay. Das muss man reichen. So. Hau ruck. Oh, ah. Uh. Uh. Zack, 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 zack. Ui. Wird nass sein werden. So. Servus, Hundi. Uh. Aussichtspunkt. Wo ist der? Oh Gott. Da oben. Synchronisieren. Synchronisieren. Er kreist unser Freund Icarus. So. Was haben wir da? Was ist denn das da? Wo ist der Anführer? Was ist denn das hier, ne? Stufe 10 hat der. Tja, ich sag zu sagen, probieren geht über studieren. Dann machen wir Meier, ne? Oi, oi. Kassandra, Kassandra. Kling, 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 kling. Alles stehlen. Alles stehlen, ne? Ich muss mich verstecken. Warum? Schatz bringt er noch ein Stück. Kling, 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 kling. Achso. Ah. Ah, okay. Oi, 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 oi. So. So, komm her da. Scheiß, die Mannschaft. Seid ihr stark. Schön ein bisschen unfair, ne, von euch. So, komm her, Digga. Du warst. So. Hey, hey. Hoppala. Scheiß. So, gut. So, Kassandra. Müssen wir mal, ah, so. Der hat nix eingestecken für uns. Lassen los. Ah, Icarus. Darum ist richtig. So. Okay. Schatz, schatz, schatz. Schatz. Schatz, 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 schatz. Warte mal. Ah, meditieren. Wie geht das schnell? Ah, da. Den nehmen wir jetzt auseinander, ne? Komm mal ran da. Okay. So. Das ist violette. Hm? Kopfgeldjäger ist da, ne? Zweiter. Boah. Der ist Stufe 42. Leck mich doch am Arsch. Lieber ein Hector, ne? So. Hopp, hopp. Auf, da. Okay. Ne? Wo ist denn der da? Ne? Ne? Was war der Angriff, ne? Geht mal nicht. Da ist ne Kiste. Da ist ne Kiste. Da ist ne Kiste. Ne Hose. So. So. Oh, Hector. Hector, nicht da. Au, schon weg. Hector, weg, 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 weg. So, net. So. Ei, va. Weg, 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 weg. Scheiß, die Wandern. Dein Leben ist verwirrt. Äh. Wo ist weg? Ei, ei, ei. So. Ganz ruhig. Richtig auch. Haben wir jetzt den Hector gekillt, ne? Ja, boll. So. Energy lädt sich auf. Sehr gut. Einmal runter. Hoppala. Ja, scheiße. Kassandra. Scheiße, ich krieg dich. Ne, ne. Es läuft ja richtig gut mit dir, Kassandra. So. So, bleib da in Busch. Kassandra Busch. Verstanden. Hm. Sind nur mit drei, glaub ich, ne? Dann, dann, dann. Ja. Müssen wir jetzt ein bisschen besser angehen. Nö. Doch, doch. Die Kassandra. Die Kassandra kann immer verschwinken. So. Habt ihr euch beruhigt? Zettet. Äh. Hä? Bööööp. Mal SMS kriegt er oder was? Keine Ahnung. Da ist nichts zum Holen. Keine Kohlen. Hoppala. Ich hab doch was gehört. Ja, ja, kommentiert. Uhu. Was ist los? Das stimmt fast nicht. Ja, ja, kommentiert. Hoppala, das ist furchtbar. Hoppala. Scheiß, die waren dann. Ich versuch zu gewinnen, aber sie sind in die Hosen gegangen. So. Ja. Der war ein bisschen zu stark, ne? So. Na, komm schon. Mhm. Jetzt. Okay. Warum ist denn eine Lampe-Rettschaft noch? Hoppala. Ach, wieder. Counter da, Kassandra. Da. Gib mir. Hier ist nichts, zum Glück. Ach. So. Ei. So. vielleicht kann man jetzt etwas siegen nachher sie sind jetzt kaputt doch doch ja 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 das geht in die hose und wie sieht es aus nix kann jetzt mit dem machen nix das ist ein neues söldner müssen wir jetzt auch vernichten so ein flinkes wies kassandra oft muss sagen da gibt es nicht rein jetzt auch nicht rein sieben auf ein ich bin doch nicht dass da frisch neid allein so Komm her. Komm da. Na, das wird nichts mit dir, Harry. Ich komme da rein. Ah, durchsuchen. Was ist denn das? Durchsuchen. Edel. Ah, ist ein Brocken. Ah, ok. Edel, 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 edel. So. Da ist mir, cachen die Dash. So gefällt mir das. So. Dann nehmen wir noch die Truhe mit. Oh. Ein epischer Gegenstand haben wir gefunden. Sehr nice. Psch. Psch. Sandra, geht ruhig. Nein, ist nichts. Ok. Aber wo ist denn jetzt der Kollege? Ah, der Endliche ist da oben. Komm her. Komm her. Huh? Ah. Das ist leichter. Das ist. Das ist. Hoppala. Das ist. Das ist. Das ist. Scheiße. Scheiße. Hoppala. Und ich bin weg. Nö, nö. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Ach, vergiss es. Ich muss die Meier. Denkst du, du kannst mich schlagen? Ja. Auf keinen Fall. Gebe ich das Kopfgeld auf. Oh, doch. Kommt jetzt etwa hoch. Okay. Mal gucken. Dein Tod wird mir ein Vermögen einbringen. Nein! Wir sind wieder Charlie, ne? Ich will den irgendwie noch probieren. Übernehmen. Fürs Schiff. So ein kleines Schiff allein. Ich will mein Geld haben! Ja, ja. Seid ihr nicht so auf, Kollege. So. 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 Kommt jetzt wieder. Scheiss. Auf der Mauer sarete ich so fette Wanze... Schaut dir mal die Wanze an wie die Wanze tanzen kann. Scheiße. Ich will den irgendwie haben noch. So. Hallo, Akbar. Ja, ja, ja. So. Hm, können wir mal eine Schatzkiste suchen. So. Müsst ihr hier sein? So, hier. Schuhe. Warte mal, was ist denn weiter? Alles schön ins Invin-Dar reinbekommen. So. Ah, na, na. Okay. Das könnte man verkaufen. Glaublich besser, ne? Zeug. Schuhe. Da haben wir jetzt auch wieder neue Gegenstände bekommen. Die in da. Können wir zerlegen. Hm. Okay. Da haben wir nichts bekommen, ist so richtig. Schiff. Was haben wir da? Hm, hm. Eine Guardians-Fagur. Sehr gut. So. Hm. Können wir jetzt was kaufen? Ich glaube, wir können was verbessern, ne? Sperrwürfe, Pfeilsagen. Was gibt's da? Schöne ist alles... Rumpf. Okay. Wie würde ich sagen, wir machen mal Pfeil. Feuer. So. Das hat einen richtigen Brenner gemacht, aber egal. Das brauchen wir. Brauchen wir wieder so viel Holz. Boah. So, wo ist er denn zu uns gucken? Bessert werden? Ach so. Selten, ne? Das andere. Der glückliche Betrunkene. Ja? Den, den, den will ich haben, irgendwie. Wie geht es jetzt? Komm schon. Vergiss mich. Okay. Wie geht es jetzt? Das ist ein Gauner. Was ist mit dir? Der kommt runter. Scheisse, 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 scheisse. Runter. Jetzt aber, ne? Anheuern. Schließ dich uns an. Du bist durch und durch Seemann. Genau wie ich. Oh, yeah. Das ist ja geil, dass wir mal was, äh, äh, goldenes Ding bekommen auch. Rüstungsteil. Oh, ja. Legendäres Rüstungsteil. Nice. Das lohnt sich ja richtig. Die für uns, äh, zu bekehren. Bootsleute, maximal Pfeilschaden. Was macht denn der Kollege? Okay, Schiffszustand. Pfeilschaden. Feuerwiderstand. Ja. Der hat mehr Sachen, ne? Ja, den lassen wir mal drinnen. Das können wir erst mal verbessern. Den Rumpf. Okay, den Rumpf müssen wir verbessern. Das ist das nächste Ziel. Was ist denn das da eigentlich? Oh, alte Tafel. Okay. Die finden? Boah. Sehr schwer. So, jetzt probieren wir mal, das alles abzugrasen. Das haben wir schon. Vorne ist eine Kiste. Oder? Oder? Oh, da drückt mich eh das mal. So. Eins, zwei, drei. Handelsgüter. Verbrennen. Okay. Jetzt mal das Zeug. So weit haben wir alle Schatzkisten hier abgegrast, oder? Ja, Schatzkisten sind abgegrast. Jetzt müssen wir die Sachen verbreinern. Ne, das ist mit der Fackel. Ah, okay. Sehr gut. Ich bin ein Brandstifter. Jetzt, ne? Hoppala. Zwei von drei und einmal fehlt's noch. Was? Aufheben? Nein. Da oben. Hau ruck. So. Reinsa. Die kommen ja nach unten. Hä? Durchsuchen. Wenn man nix kriegt. Schade. Ah. So. Abgeschlossen. Haus des Anführers. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich eh wieder neu machen. Wenn wir zu forscht waren. So. Wie kommen wir jetzt hier raus? Ah. Hier. Gibt's nix. Okay. Brauchen wir einen Ausgang. Ausgang? Hier. So. Ja. Jo. Ich würde sagen, wir machen hier einen Schnitt und wir sehen uns bald wieder. Und ciao. 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 Vielen Dank.